Wenn der Lieblingspulli fusselt, ist das zwar nicht besonders schön, aber trotzdem kein Grund, das Teig gleich aus dem Kleiderschrank zu verbannen. Mit unserem kleinen Quick-Tipp werden Sie die nervigen Fussel ganz einfach los. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein Einwegrasierer. Breiten Sie das Kleidungsstück auf einer glatten Oberfläche aus und halten Sie es stramm und gut fest. Dann heißt es rasieren. Fahren Sie mit dem Rasierer einige Male auf und ab, bis die kleinen Fussel verschwinden. Ihr Lieblingspulli ist nach der kleinen Rasur wieder fusselfrei und fast wie neu.